entwickeln konstruieren drücken drehen fräsen erodieren programmieren oder fertigung in perfektion made in germany willkommen bei der abacus maschinenbau gmbh wir haben das know how mehr als 30 jahre erfahrung im maschinenbau unsere primo drückmaschinen setzen maßstäbe von der idee über die konstruktion die fertigung bis hin zur steuerung und software alles abacus die zusammenarbeit von konstruktion software entwicklung fertigung und montage unter einem dach gibt uns die möglichkeit sehr flexibel auf kundenwünsche einzugehen und die tatsache dass wir produkte von der theorie in die praxis überführen in einem haus gibt uns die möglichkeit schwachstellen zu erkennen und sie ausschmerzen bevor wir sie zum kunden ausliefern produziert wird in der rund 1600 quadratmeter großen produktionshalle in osnabrück hier sind auch die abacus lohnfertigung und der sondermaschinenbau zu hause wir entwickeln genau ihre lösung die dann auf dem modernen cnc maschinenpark von erfahrenen mitarbeitern produziert wird unser qualitätsmanagementsystem ist iso zertifiziert sich immer mit fortschlicher technik für seine produkte zu beschäftigen ist auf der einen seite sehr spannend bedeutet auf der anderen seite immer eine sehr hohe anstrengung aber nur so schaffen wir es dem allgemeinen stand der technik immer einen entscheidenden schritt voraus zu sein dadurch bauen wir maschinen mit denen unsere kunden den entscheidenden vorteil in ihrer wertschöpfungskette besitzen maschinen die den bediener unterstützen und aktiv helfen fertige prozesse zu verbessern die ausfälle vorzeitig erkennen um stillstandszeiten zu minimieren und bei wartungsarbeiten und service einsetzen aktiv hilfestellung leisten wir nehmen uns zeit für unsere kunden und besprechen gemeinsam die zukünftigen aufgaben und ziele unser ziel ihre fertigungsprozesse mit unseren maschinen zu optimieren dabei spielt nachhaltigkeit in allen ihren facetten bei abacus eine große rolle wir sind davon überzeugt dass man mit nachhaltigkeit zum erfolg des unternehmens beitragen kann insbesondere bei der energiegewinnung haben wir in diesem jahr eine 200 kw photovoltaik anlage auf unserem dach installiert um da die neutrale energieproduktion direkt hier am standort zu gewährleisten ja auch bei der sozialen entwicklung der mitarbeiter und bei mitarbeiter arbeitsplätzen hat sich natürlich in den letzten jahren viel verändert das zeigt sich in dem bereich home office arbeitszeit modelle oder auch in ergonomischen arbeitsplätze um auch da die nachhaltigkeit der arbeitsplätze zu gewährleisten und langfristig mitarbeiter zu binden was heute natürlich sehr wichtig ist gute mitarbeiter und state of the art technik das macht uns international erfolgreich unsere kunden verteilen sich über die ganze welt usa schweden frankreich russland schweiz österreich und natürlich deutschland wartung reparaturen und service müssen natürlich weltweit perfekt funktionieren dafür sorgt unser erfahrenes serviceteam entwickeln konstruieren drehen drücken fräsen erodieren programmieren willkommen bei der abacus maschinenbau gmbh